Ihr seid Hockey-Fans, also müsst ihr dafür sorgen, dass der Film von eurem Geld finanziert wird und deswegen könnt nur ihr das machen. Deswegen gebt was, unterstützt die Macher, ich habe die kennengelernt, die sind wirklich mit dem Herzen dabei und ich würde mir wirklich wünschen, dass das ein erfolgreicher Film wird. Ich würde mir den auch angucken, obwohl ich selber jetzt nicht so ein riesen Hockey-Fan bin, aber das ist auch egal, weil ihr müsst Hockey-Fans sein und ihr müsstet einen Film machen und jeder, der denkt, das ist ein geiler Sport, der sollte 10, 20, 30 oder 100 Euro geben, was auch immer in der Brieftasche drin ist. Also jetzt los, unterstützen, Geld geben, euren Film machen.